Einmal den Schalker Kapitäntreffen, einmal einem Weltmeister ganz nah sein. Diesen Traum haben sich die Schalke-Bonus-Gewinner erfüllt. Mit ihren Schalke-Bonus-Fanmeilen konnten sie am Gewinnspiel teilnehmen und die Sieger mit einer Person ihrer Wahl zu Benedikt Tövedes in die Schalker Mannschaftskabine kommen. Super, die Fragen, die er beantwortet hat, sind ganz okay. Das ist nicht selbstverständlich so. Nicht jeder, der ist so locker drauf. Das war sowieso sehr gut. Ich habe gestern nicht erfahren, dass ich hier hinkommen durfte. Benni ist sowieso mein Lieblingsspieler, deswegen habe ich mich erst recht gefreut. Ich freue mich sehr, dass ich gewonnen habe. Alle waren begeistert, auch der Profi selbst. Schließlich ist das auch ein Dankeschön an die Fans und auch eine Abwechslung zum Alltag. Es kommen halt nicht immer alltägliche Fragen. Also wenn ich gerade gehört habe, wie werden Spiele zum Beispiel nach drei Tagen Grippe, wie werden sie wieder fit? Also dann sind das mal Fragen, die nicht normal sind oder die man nicht tagtäglich hört. Und das ist immer ganz lustig, wenn man dann einen lockeren Plausch hat und eine lockere Runde hat. Von daher gehe ich immer in solche Gespräche gut gelaunt und freue mich eigentlich auch auf solche Stündchen. Erinnerungsfotos durften zum Abschluss natürlich nicht fehlen. Für die zehn Gewinner sicherlich ein besonderes Erlebnis. Vielleicht auch bald für dich. Mach mit bei Schalke Bonus.